Wilma Degescher war eine österreichische Kammer-Schauspielerin. Leben und Wirken, die Tochter eines Hofrats, absolvierte bei Grete Groß, Gertrude Bodenwieser und Elinor Todes eine Ausbildung in Ausdruckstanz und klassischem Ballett. Bis 1931 studierte sie Schauspiel am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. Ihr Bühnendebüt gab sie noch während ihrer Ausbildung als Hermia in Ein Sommernachtstraum unter Max Reinhardt am Deutschen Theater in Berlin. Hier lernte sie auch ihren Schauspielkollegen Hermann Thiemich kennen, den sie 1939 heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, Hedwig und Johanna, genannt Hanal. Sie wurde ebenfalls Schauspielerin. Nach ihrer Ausbildung wurde sie an die Reinhardt-Bühnen in Wien und Berlin engagiert. Ihre Hauptwirkungsstätte war das Theater in der Josefstadt. Eine Unterbrechung davon war 1935 bis 1939 ihr Engagement am Deutschen Volkstheater Wien. Ab 1939 bis zu ihrem Tod gehörte sie zum Ensemble der Josefstadt, dessen Dojen sie schließlich war. Bei den Salzburger Festspielen trat sie ab den 1930er Jahren auf und spielte unter anderem in Figaro lässt sich scheiden, Jedermann, der Talisman und Elias Canetius Hochzeit. Sie spielte in ihrem Leben etwa 400 Rollen in klassischen und modernen Theaterstücken. Ihre Stärke waren Konversations- und Salonstücke. Sie galt als ideale Besetzung für die Frauengestalten Arthur Schnitzlers und Hugo von Hofmannsthalz. Daneben spielte sie auch klassische Rollen von Shakespeare, Goethe und Grillpatzer bis Ibsen, Tschecho und Pirandello. Im Film war sie relativ selten zu sehen, doch wurde sie hier einem Millionenpublikum ab 1955 bekannt als Erzherzogin Sophie, gestrenge Schwiegermutter der von Romy Schneider gespielten Sissy in der gleichnamigen Trilogie. In der beliebten 1952 zu 1960 fast jede Woche gesendeten Radiofamilie stellte Wilma Degescher Wilma Floriani, Ehefrau von Oberlandesgerichtsrat Dr. Hans Floriani, da sie ruht auf dem Sieveringer Friedhof in Wien neben ihrem Garten. Charakterisierung Hervorgehoben werden Degeschers Vorzüge in Konversationsstücken, so ihre Eleganz, Noblesse, ihr Charme und ihre große sprachliche Meisterschaft. Sie galt als Verkörperung des legendären Josef-Stätter-Stils aus musikalischer Sprachkultur und Haltung, die dort als Konknenons bezeichnet wird. Filmografie 1948 Das andere Leben 1949 Liebe Freundin 1951 Das Tor zum Frieden 1954 Der Komödiant von Wien 1955 Sissy 1956 Sissy die junge Kaiserin 1957 Sissy Schicksalsjahre einer Kaiserin 1957 1957 Und die Liebe lacht dazu 1958 Der veruntreute Himmel 1963 Der Kardinal 1963 Liebe im Dreivierteltakt 1963 Erste Geraldine ein Engel 1964 Onkel Tomshütte 1978 Sechs Personen suchen einen Autor 1989 Trostgasse 7 1991 Die Strauß-Dynastie Auszeichnungen Kammer-Schauspielerin als erste nicht am Burgtheater tätige Schauspielerin 1959 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Die Klasse als erste Frau 1972 1972 Josef Kains Medaille Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold beeinfrundtttttttttttttttttf sore